Ja, ihr habt es vielleicht mitbekommen. Ich habe euch mal dieses Buch hier vorgestellt. Und ja, natürlich, es tut mir leid, dieses Buch ist natürlich... Ja, welches Buch soll das schon sein? Das ist natürlich Austrianschool, die Bürokratie von Ludwig von Mises. Ja, also erstmal tut mir das leid, dass ihr das jetzt so erfahren müsst. Ja, also erstmal tut mir das leid.